Hallo Leute, was geht der? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute schwimmen wir auf jeden Fall mal wieder zu Equals und Minigames so ungefähr 20 Minuten lang und ja, wir sehen uns in der Equals-Humme So Leute, ich habe auf jeden Fall ausgezogt, Solo-Equals da sind es am meisten gut zu im Solo und dann hoffen wir mal, dass hier jetzt gewinne wir auf jeden Fall sehr heiß zu entschübeln und falls es noch nicht gemacht wird, lasst auf ihre Seite ein Abon-Like da, weil die nicht so abfreuen und das würde mir auch sehr unterstützen, würde das nicht und ja, ich probiere nochmal diese Runde zu gewinnen und ich sehe schon, da hinten baut direkt einer ich weiß, ob der zu mir baut oder zu die Dias okay, der baut zu die Dias und der ist kurz runtergefallen schnau 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 wir haben ihn geholt jetzt müssen wir noch sein Ei zu stören dann mit der nur Schmarrn-Ries bauen kann sein Ei hat mich nicht mehr geschickt schnau ich schnau schnau ich kann mich wieder da hinbauen ich kann das jetzt mal da ich denke wirklich ich kann mich nicht da hinbauen um den haben auf jeden Fall gewollt der hat schon mal ganz raus kann auch nicht mehr das ist sehr nice und hier schon seine Bässe übernommen jetzt nehme ich mal die Diamanten wieder liegen ich glaube er wieder ist ja ja und dann würde ich sagen spar ich hier kurz bisschen Gold und baut an mein Ei ein ja natürlich sehen wir uns gleich so natürlich würde ich sagen wie gehe den einen pushen da sind das alte Ei der Ei gar nicht eingebaut ich habe jetzt auch noch ein bisschen gekauft ich wollte jemanden ein bisschen sparen haben statt der Mann hat mich auch schlauer ja der Mann macht mal da ich komme jetzt noch hier zur Mitte hier zur Mitte ich kann ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ein ich bin da hat er gar nicht allein gewonnen ich darf meine Welt nun ich bin ein bisschen nach dem Einhause ich habe dann gar nicht gewonnen und noch gar nur noch zu sagen Ich muss jetzt einfach mal noch holen. Oh nein, ich bin grad nicht wirklich gestorben. Nein, ich bin grad nicht wirklich, nein. Scheiße, ich muss denn diese Diamanten nehmen. Scheiße, gib mir. So, Upgraded. Check. Okay, okay, ich muss schnell Sachen holen und auf ihn drauf gehen, bevor er zu mir kommt. So, Rüstung, Blöcke und hier noch. Ich hab die Sendung ein schnell daheim. Bist du bist eine sehr große Hände? Ja, ich bin ja auch. Da geht es jetzt mal schnell daheim. Der will ich mich nehm. Zum Glück jetzt noch mal. und und das ist das nicht nur die ersten vier vierten reißen warum bin ich zu tun Nein! Ey, da überlebt das ganze Zeit mit so einem Lack! Schuhe mein, ich kann das wegschneiden. So, das fängt gut. Dann kam, ich guck einfach. Ne, der hat jetzt auch noch Eisen. Ach, ne. Der hat halt keinen Eich, ich muss nur noch einmal lollen. Ich habe schon gerade so dumm geschoben. So, ich muss noch einmal lollen. Da hat er auch noch ein Eisenschwert dazu. Okay. 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 Da kastiert nicht mal Schaden. Da kastiert halt nicht mal Schaden. Okay. Ja, warte, warte, da soll herkommen, da soll herkommen. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, man. Ohne ausdrücklich noch am Ende mit meiner Spitzecke go. Okay. Let's go Leute. So voll die geile Runde. Da wir müssen aber wirklich ab und merken lassen. Okay, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eine Runde Minigames und dann was eigentlich mit dem Wege. Okay, die Dinge fallen jetzt hier in den Baterraum, in den Minigames. Also hier kann man halt, hier gibt es als 15 Minispiele und dann gibt es noch so eine Boss Game. Und ich hoffe mal, dass wir gewinnen. Wir müssen einfach nur gut spielen. Und hier wird es jetzt keine Cuts geben, weil die Minigames eigentlich ziemlich schnell gehen und die hier gewinnen die meisten, wenn ich nicht spielen. Armbus ausweichen. Okay, okay. Ich kann nicht mehr. Ich muss dir ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nein. Nein. Ich habe eigentlich nur so ein paar Mal mich geschafft, sonst schaffe ich das eigentlich normalerweise immer. Okay, okay, weniger als Verzeih. Hier ist eigentlich immer Rande, also wer auf den Plattformen ist, wo weniger, weniger Leute sind, hat halt dann gewonnen. Was? Hä? Das sind doch viel weniger, oder? Ganz los. Jetzt sind alle runtergefallen. Jetzt sind alle runtergefallen. Ich würde exkensierender Bogenkasten. Nein. Wer hat denn das nicht geschaffen? Ich konzentriere mich die ganze Zeit auf irgendwelche. Auf einmal, ich werde runtergeschaffen von irgendeinem. Oh, das war wunderbar. Und der da hinten. Ah, das sieht auch nicht so gut aus. Das sieht auch wirklich nicht so gut aus. Wir haben zwar die Echo aus dem Backup gewonnen, aber... Aber jetzt... Ich weiß nicht. Was müssen wir finden? Wirkstern. 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 Ach, ich stehe über der Falle. Keine Ahnung. Manchmal kommen einfach so dumme Fragen. 71, 88, 3 oder so. 1 HIT mit Bogen und du bist raus. Und so drei Hütte mit Schwerter und da musst du auch raus. Och Mann, warum musste der eine auf mich drauf gehen mit Schwerter? Ja, nur noch zwei da. Da, Mann, da gab es gestorbenes am Ende. Ah, das heißt die Kartoffel. Okay, hab die Kartoffel irgendein anderem gegeben. Nein, mir darf es jetzt keiner geben. Es darf keiner mehr geben. Ich muss rennen. Nein! Nein! Was habe ich jetzt geschehen? Nein! Der hat mir jetzt die Runde gegeben. Ein letzter Scheren wäre im Pass. Warum bin ich immer der Erste, der stirbt? Das muss ich dann gucken. Ich werde auf die Drohs nehmen und einräga sein. Ich werde das nicht mehr tatschern. Ich habe in der Lage im Passant. Ich werde dafür in der Lage sein. Ich werde mich hinzuhalten. wo wir haben wir die Schöne an diese Perspektive wenn sie mal ein paar Prozent das war die Erste ich darf nicht das Wasser anpacken und auch nicht mehr mit die zweite ich hab das jetzt die vorletzte ja, das ist jetzt die letzte oh, ich hab's schafft, Leute let's go, wie man da mal ist Bauer ein Gollum, ok hier muss man ins Invertar gehen 1, 2 1, 2, 3 so, klar, ganz easy wir sind gerade bei den Minigames schon, ok, das ist so ein Minigames 1, 2, 3 lasst mich in Ruhe lasst mich doch in Ruhe bitte ich bin noch zu jung und zu sterben Nein Nein Kappenschlag ich darf soll ich den Kapps anpacken und ich bin weg draus wo ist der Knopf? Nein Nein ich hab den Knopf da gerade am Ende noch gesehen ok, jetzt kommt der Bossspiel was haben wir für eins? bitte gut ich hab's glaub nicht viel ah, das ist das ja, ok, ok, ok das macht sehr Bock ich boh einfach immer hier zu damit das kein anderer nehmen kann ich hab auch zu sehen zweimal gemacht hier muss man einfach gucken wer die meisten Farben hat so, ich war drittsam mit 74 ok, ok aber welcher Platz war ich ok hm ja war die Minigames gerade noch am Ende war ich dritter Platz aber ein ganz zöhn, ganz Minigames war ich kam auf siebter oder so ok, also sagt was auf jeden Fall mit den Wiedenschaft ich hoffe, euch hat's gefallen wenn ihr, wenn ihr euch das gefallen hat, lacht auf Ehre ein Like und Abo da und ja, wir sehen uns dann nächste Woche und tschau